Hallo und willkommen zu einem neuen Gutschein-Code-Video. Und zwar ist heute ein Gutschein-Code gekommen für vier unterschiedliche T-Shirts. Dieser lautet Dolly Style. Passend zu einer gleichnamigen Popband sind diese vier T-Shirts reingekommen. Ihr könnt einfach diesen Gutschein-Code eingeben und ihr bekommt vier Briefe in eurem Briefkasten, wo ihr dann die T-Shirts rausangeln könnt. Wir haben einmal Einhörner mit drei unterschiedlichen Mähnenfarben und einmal ein T-Shirt mit dem Aufdruck Dolly Style. Bis wann ihr den Gutschein-Code einlösen könnt, das weiß ich leider nicht. Das stand nicht in den News drin. Ich würde einfach mal vorsichtshalber nicht zu lange warten, auch wenn er nicht abzulaufen scheint. Trotz allem kann es nicht schaden, so schnell wie möglich damit zu sein. Die T-Shirts haben keine Werte, aber vielleicht gefallen sie dem einen oder anderen ganz gut. Ich mag das mit dem Aufdruck zum Beispiel sehr gerne, mit dem Schriftzug. Ich wünsche euch viel Spaß mit den T-Shirts und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.